Wir bereiten uns auf unseren Hedge-Trade, DAX-Trade vor. Wir haben eine blaue Kerze, wir haben einen blauen Signalfeil und wir würden dann gleich in 20 Sekunden, wenn der Signalfeil da bleibt, jetzt ist er weg, Long in den Markt einsteigen. So, wir sind Long im Markt. Signalfeil, Heiken Aschi-Kerze. Ein kurzes Update. Der DAX dümpelt jetzt hier. Wir sind jetzt aktuell sechs Punkte darunter. Der Trade läuft jetzt wieder. Wir sehen es, 60 jetzt. Jetzt müssen wir über der 65 rüber. Da, wo die graue Linie ist, da ist mein TP. Wenn wir das erreichen, ja, wir müssen darüber jetzt ein neues Hoch machen in die graue Zone. So, 68, 69. Ich brauche noch 2, 3 Punkte. 70. 71. Gehandelt. 72, 74. Und wir kommen jetzt richtig in den Gewinn rein jetzt. Und wir steigen aus. So, wir sehen, es läuft hier weiter. 80, 82. So, und wir sehen, wir haben für diese Woche mit dem Hedge vom Freitag mit Auflösung ein Gewinn von 550 Euro. Das ist also mehr, als man erwarten kann. Und das sind fast 5 Prozent, die wir mit aufs Konto gepackt haben. Da sind natürlich auch andere Trades von dieser Woche mit dabei. Aber wir sehen es hier, Master Template Setup. Hier der Einstieg. Ich mache das mal mit der anderen Rühne Linie. Eingestiegen und dort raus. Und somit haben wir jetzt den 201. Wir haben die Hedge-Auflösung getätigt. Also sprich, wir lösen dann den Hedge hier auf. Ihr könnt die Position schließen. Denn dementsprechend die Lotgröße oder wie jetzt auch, dass man Long oder Short geht mit dem Master Template. Wir haben hier von der Bewegung insgesamt sind es 20 Punkte. Wir sind vorher hier schon ausgestiegen. Und ja, mehr kann man, glaube ich, von einer Strategie auch nicht erwarten. Und in der Kombination mit dem Master Template und der Swissbox-Strategie ist das ein perfektes Symposium. 201 Trades jetzt in Folge nur bei der Markteröffnung. Wir haben diese Woche auch wieder mehrere DAX-Trades und mehrere Devisentrades gemacht. Und ich denke mir, das ist schon ein Zeichen bei so vielen Trades, die wir machen und von der Stabilität her. Das Problem ist natürlich, wie letzte Woche Donnerstag, wenn der Trade irgendwie seitwärts läuft, wie kommt man dort aus dem Trade heraus. Und dazu ist dieses Setup, was wir hier haben, das MT3-Setup eigentlich perfekt. Gut, dann hören wir uns morgen wieder. Und ich wünsche euch allen noch einen erfolgreichen Trading-Tag und morgen dann der 200. und zweite Trade.